Für die Sessour-Ladine Florian Muzner ist die Ausgabe der Studierenden der Studierenden in der Städte, die Städte der Städte für die Journalisten und die Legislaturperiode Sie haben die Kompetenzen der Truppen. Von den Produkten, den Städten, den Provinzen, die Energie und den Ambienten. Aber die Städte der Städte ist die Städte der Städte, die Städte der Städte ist die Meldung. Die Städte der Städte ist die Situation von mehreren Menschen, die in einer Position der Europäischen Ebene. Unsere Schule und unsere Kultur nicht die eine gewisse Kordelung der Städte für die andere Gruppen sind und die Städte ist nicht so großartig. Für die Minderung von Ladin-Angstösser, es gibt eine große Höhe von Euro für Ladin-Ladina, mit einer Autonome-Gestion. Wir haben uns sehr geholfen, dass wir die Reise mit unseren Gelegenheiten haben. Wir haben eine große Herausforderung, damit wir, die Menschen, die Ladin-Ladina, dass diese Journalisten nicht nur die ganze Strukturen nicht mehr von der Information, sondern auch von der Anführung. und das ist sicherlich ein positiver Mentor in der Nacht, als Gruppe der Mandran-Saladina, auch in der Zeit, dass sie mehr Euro für die Telefonklinien und auch in der Radio, in der wir auch in der Schule gehen, dass wir ein bisschen mehr im Tempel haben. Wenn wir die Medien, wenn wir die Studierenden sind, dann sind wir in der Nacht, Die ZDF ist auch so, was sie auch schon bei der Lauf. Die ZDF ist in der letzten Sankt-Sanität, die 60. Stieres reserviert werden. Die ZDF ist auch so, weil sie die ZDF-Sanität sensibilisieren, und sie ist auch so, dass sie die Formation für die ZDF-Sanität sind. Ich muss sagen, dass die ZDF-Sanität in den Jahren 2003, 2008 Das ist eine große Herausforderung, die sich in den Staten befinden. Wir müssen uns sagen, dass es nicht so viele Menschen gibt, weil wir, für die Glückwunsch, die wir in der Lage sind, die wir in der Lage sind. Das ist nicht so lange, sondern das ist nicht so lange, das wir in der 2000 Jahre, in der Krise der Ökonomie. und das ist ein wichtiges Thema. Ich habe gesagt, dass es ein Lassen gibt, die sich in der Schule zu bewegen, um zu studieren, um die Kinder zu kommen, die sich in der Schule zu verändern. Aber ich habe mich gewonnen, die erste Jahre in der Schule, und die Lassen gibt es, dass es die Schule zu leben, die sich in der Schule zu bewegen, und auch die Menschen zu bewegen, die sich in der Schule zu verändern, Ich bin sicher, dass diese Art und Weise möglich ist, die Strukturen zu spüren, auch die Bereiche der nächsten Jahre. Die Politik des Stroms ist nicht so weit, sondern die Klima, die Energie alternativen, die wir in die Provinciale entdecken. Für die Menschen, die Dolomites UNESCO ist eine große Möglichkeit, zu sensibilisieren, für die Vorteile der Sport. Die Politik des Stroms muss sich in der Natur und der Ökonomie ein Balance in der Natur und der Ökonomie. Der Region, der UNESCO hat das möglicherweise ein Wettbewerb durch die Gruppe der Saislung und der Säle.